Woher weißt du denn da wo Kreis ist und so? Weiß ich einfach und das sieht man manche spielen sieht man seinen Move-Controller. Zum Beispiel bei Sportsbar sehe ich doch meinen Controller. Oh, das ist ja schrecklich. Das ist schrecklich. Guck dich um. Guck dich um. Kannst du mal gucken. Oha. Oh, das ist ja voll echt. Guck mal rechts jetzt. Oh, das ist ja voll echt. Ja genau. Guck mal in den rechten Raum da so rein. Da? Genau. Guck mal da so hin. Warum? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Warte. Jetzt musst du nach rechts gucken. Jetzt guck nach rechts einfach. Da hin. Genau. Und dann drück hier drauf. Wo dann? Genau. Auf diese in die Mitte. Da? Drück beide. Achso ich hab nur eingedrückt. Macht ja nichts. Und jetzt? Warum? Jetzt musst du deine Arme so hin machen. Warte. Warum ist denn hier alles blau? Warte. 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 Warte mal kurz still. Und guck mal nach vorne. Nee, das sind ja dann... Das ist grad nur, dass du da hin machen sollst. Guck mal da auf deine Arme. Also so. Genau. Halt einfach geradeaus und drück in der Mitte. Muss ich aber dann nicht mehr so halten, ne? Kann ich auch so, ja? Ja. Genau, aber... Nee, gleich aber erst. Oha. Jetzt guck doch deine Hände an. Du kannst deine Hände angucken. Ja, guck ich doch. Ja, genau. Jetzt guck nach rechts. Na ja, nach rechts. Oh, das sind ja meine... Nee, das sind doch nicht meine Hände, oder? Nein. Jetzt guck nach rechts. Nach rechts. Genau, da. Und jetzt? Hier? Genau. Wählt es aus. Einfach in der Mitte. Und jetzt machst du auf den Pfeil unten links. Also unten. Genau. So machst du einfach weiter. Dass ich dann sage, stopp. Also mach doch... Genau, mach das. Das ist nämlich die Demo. Also das spielen die auch auf der Demo. Okay, mach. Wo jetzt? Äh... In der Mitte drücken einfach. Da rauf gucken? Ja, einfach wieder drauf drücken. Warte, ich mach nochmal gerade das Bild. Guck ganz gerade aus. Als ob du ganz gerade aus guckst. So. Okay, dann geh auf... Äh... Leicht. Leicht. Ja. Einfach. Genau. Aha. Okay, hör mir jetzt gut zu. Es gab hier eine unerwartete Entwicklung. Ja. Ich muss dir ganz offen sagen, wir müssen etwas nachbessern. Aber ich wüsste nicht, dass das so krass ist. Und... Da gibt's noch was anderes. Nur keine Angst. Du hast ein Gas eingeatmet. Es wird dir aber keinen Schaden zufügen. Es hat nur eine kleine Nebenwirkung. Du könntest Dinge sehen, die gar nicht wirklich da sind. Also gibt es die Dinger gar nicht, ja? Ja. So viel Feuerkraft in die Hand gäbe, aber... Du musst doch nicht das sehen, oder? Mal gucken. Das geht nicht. Doch. Du musst doch aufzählen. Du musst dir vorstellen, dass das so deine Waffen sind. Und das ist genau so wie ich spreche. Und dann so nachladen. Genau. Aha. Das ist krass. Ist die Demo schlimm? Rede mit mir. Ja. Nein, das ist nicht schlimm. Also ich glaub nicht, dass... Ich weiß nicht, ob das jetzt die Demo ist davon. Dann muss ich mal gucken. Jetzt das Ladebild. Keine Sorge. Ist das die Demo? Na nein, weiß nicht. Mach hinten dann. Guck dich um. Dämlich. Du kannst auch hinter dich gucken und so. Und auch da hinten. Ja. Alles gut, alles gut. Musst du lachen? Nee, das ist auch... Genau, ich glaub, das ist auch die Demo. Dann schieß man da ab. So was kannst du ab schießen. Da immer noch Sachen drauf sind. Zielen kannst du immer so. Was? Oh, wano! Oh, wano! Oh, eee! Ehehehe! Ah, wano! Oh, ho! Oh, nein! Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein, ich hab so Angst. Alles gut. Du hast ja deine Wacht. Da kommst du mit Deutsch. Siehst du ab? Ahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Ahahahahahahahah! Ahahahahahahahahahahahahaha! Dann passt ruhig, ganz locker. Umso ruhiger du bleibst, umso besser kannst du die auch abballern. Du musst an dir so lenken. Dann brauchst du weniger Angst zu haben. Weißt du, wenn du ruhig bist? Dann kannst du damit schneller abballern. Oh ne, das ist schlimm, das ist schlimm, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott mir wird schwindelig. Kannst nicht umgucken, dann wird es kaputt vor dir. Achso. Oh ne, der... Das ist gar nicht cool, oh mein Gott, das ist gar nicht cool. Oh ne, das ist nicht cool. Ich sehe nichts mehr, ist das normal? Oh Gott sei Dank. Das ist ganz schön crazy. Ey, nicht an mir rumziehen. Musste ich den abschießen? Das geht gar nicht. Oh, ich hab die Waffen nicht gekriegt. Was hast du gemacht? Oh mein Gott, da sind so viele. Ahaha! 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 Wie ist das? Muss ich den auch abschießen? Muss ich ja kotzen, Alter. Hast du geschafft jetzt? Das war's. Genau. Aha! Ganz schön beängstigend, ne? Ja. Was machst du da? Das sieht nicht sehr schön aus. Was denn? Das ist das. Das ist das. Vielen Dank.